Ein Organ ist ein spezialisierter Körperteil aus unterschiedlichen Zellen und Geweben. Ein Organ ist eine abgegrenzte Funktionseinheit in einem vielzelligen Lebewesen. Ein Organ geht auf eine eigene Organanlage zurück und durchläuft eine spezifische Organogenese. Das Zusammenspiel der Organe realisiert den Organismus. Organe sind funktional durch Organsysteme direkt miteinander verbunden. Auch Einzeller besitzen geordnete Funktionseinheiten in der Zelle. Bei Prokaryoten sind diese frei im Zytosol, bei Eukaryoten sind einige von einer Membran umschlossen. Funktionale Klassifikation Eine einheitliche Zuordnung von bestimmten Funktionen zu Organen ist oft problematisch, da viele Organe bei verschiedenen Lebewesen unterschiedliche Aufgaben übernehmen können, die bei anderen Lebewesen auf mehrere Organe verteilt sind. Ein Beispiel ist hierfür die Chemie von Fischen, die sowohl für die Atmung als auch für die Stoffausscheidung dient und somit teilweise die Funktion einer Nere ersetzt. Organe beim Menschen Daten auf Grundlage folgender Vergleichswerte Alter 20 zu 30 Jahre Lebensdauer 70 Jahre Größe 170 cm Gewicht 70 kg und Körperfläche von 1,8 m² Pflanzenorgane Hauptartikel Unter dem Begriff Pflanzenorgane versteht man die einzelnen funktional aber nicht rein morphologisch klassifizierbaren Teile einer Pflanze. Im Wesentlichen sind dies die verschiedenen Sprossblatt- und Wurzeltypen und ihre Einzelteile sowie Metamorphosen derselben. Analog den Funktionen tierischer Organe dienen die Pflanzenorgane den Hauptaufgaben Stoffaustausch, Stoffenergiespeicherung, Metabolismus, Informationsübertragung und physischer Abgrenzung gegen die Umwelt, Sprossachse-Leitbündel für den Wasser- und Nährstofftransport, Rinde als mechanischer Schutz, Phylokladium-Metamorphose der Sprossachse zum Zweck der Photosynthese, Blattblütenblätter zum Zweck der geschlechtlichen Fortpflanzung, Laubblätter für die Photosynthese, Wurzelrüben als Speicherorgane, Wurzelknöllchen für Aufnahme der symbiotischen Knöllchenbakterien, Wurzelhaare für die Wasser- und Nährstoffaufnahme, siehe auch, siehe auch, Organtransplantation, Organneurose, Nomenklatur, Sinnesorgan, Cannon, Jermαι Zachary, D Chang'an, 15. 15. 16. 25.